3 Jahre und 186 Tage ist zumindest nach dem Aufnahmedatum jetzt, wann ich aufnehme, ungefähr ist es her. Also 87, 88, 89 Tage. Also haben wir noch ungefähr rund eine Woche nachzuholen. Das ist ja wild. Das ist ja nicht gut. Also wir müssen Folgen nachproduzieren. Wann tun wir das? Kann ich dir jetzt nicht sagen. Keine Ahnung, wir wollen zum Feierabend jetzt die Oralischen A1. Oh, warte mal, stopp. Das ist gar nichts drin. Ärgerlich. Wir fliegen jetzt einmal, zack, einmal nach hier oben. Genießen unsere schöne Aussicht hier auf unsere Vorstadt. Gucken mal, doch komm, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt tatsächlich, weil, oh. Weil es sein könnte, dass unsere Eisenfarm später very inefficiently wird. Wo haben wir noch was drin? Da. Zack. So, dann wollen wir nochmal gerade, zack. Genau hier hin. So, was haben wir denn hier schönes? Eisen, Eisen, Eisen. Da ist nichts mehr drin, da ist nichts mehr drin. Das ist perfekt. Die nehmen wir jetzt mit auf unsere kleine Reise in unser... Ne, da, wir wollen hier hin. Wunderschön. Hier wollen wir hin. So, wir wollen nicht nur hier hin, sondern wir wollen auch hier hin. Ganz entspannt nach hier oben. Juuu, zack. Aua. Da bin ich ja noch nie gegengeflogen. Mann. Die Stufe Eisere gehen, das ist so ungewohnt, ne? So, dann können wir hier lang fliegen, können hier lang fliegen, können auch hier durchfliegen, glaube ich sogar. Tatsächlich, guck mal, das ist sogar ein viel kürzerer Weg. Will wer was von uns? Ne, Glück gehabt. Also Glück für euch, nicht für mich. Ne, hier wollen wir gar nicht hin. Aha. Wir sind, wir sind schon, wir sind diese Wege schon so gewohnt, dass wir die so oft geflogen sind, dass wir uns einfach mal falsch abgebogen haben. Äh. Upsala. Ja, gut, äh. Falsch abgebogen, das ist falsch abgebogen, ne? Zack. Mitgenommen, ist mitgenommen. Ey, lass mich das abbauen. Dankeschön, zack. Da, wir machen einen Vergleich. Für Licht, für das nächste Mal. Oh Mann, das war gerade knapp. Ich dachte schon gerade, ich muss sterben. Und dann geht's wieder ab into eine neue Dimension. Und da freut sich nämlich Minecraft sehr gut darüber. Und dann können wir hier so schön fliegen. Dann fliegen wir einmal an den Endermännern vorbei. Damit auch ja, alle anderen die spawnen. Zack. Und äh, zack. Sehr schön. Und wir müssen auch ganz kurz. Stopp. Äh, Options. Music and Sounds. Aus. So. Dann nehmen wir zuerst einmal die hier. Die reparieren wir zuallererst. So, während das da repariert, können wir tatsächlich, ach, wir haben schon, wir haben das letzte Mal schon leer gemacht. Das ist gut gewesen. Zack, zack. Weg mit euch. Zack, und zack, und zack, und zack. Und das geht, das geht. Ja, es geht richtig zügig, ne? Tausend. Also wir haben jetzt schon wieder halb repariert. Wir können jetzt eigentlich mal ganz kurz die hier halten. Da wird die nämlich auch gerade mit repariert. Zack, 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 zack. Ja, perfekt. Und dann machen wir wieder ein paar Schläge drauf. Und dann können wir die nochmal ganz kurz mit reparieren für so ein paar ganze Reparatur-Dings. Sonst haben wir genau diese Hand, das alles sonst repariert. Perfekt. So, dann sind wir auch gleich schon durch mit Reparatur. Oh, ne, wir wollen nicht, wir wollen nicht dauerhaft E drücken. Oder F. Also F für Inventory. Nicht E für Inventory, sondern F. So, was sagt die Spitzhacke? Ja, die Spitzhacke, die Schaufel. Ist auch schon wieder fast ganz. Eins, neun, ah, das wird eng. Müssen wir nochmal ein bisschen was zuschlagen. Zack, und die anderen wollen wir mal ein bisschen was zuschlagen. Dankeschön. Haben wir noch irgendwas, was wir reparieren müssen? Ne, haben wir nicht. Aber wir können jetzt dann tatsächlich, zack, einmal so wieder zurückgehen und die rausschmeißen und dann schmeißen wir einfach mal hier so zack, 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 wunderbar alles raus. Dann kann das nämlich jetzt alles schön die spawnen, beziehungsweise die ganzen items ausfliegen. Ja, lassen wir so wie es ist. Wir fliegen zurück, alles ist voll. Das ist eine Stufe 1 Rakete, ja gut, das machen wir. Gut, mit Stufe 3 Rakete werden wir bis an die Endigkeit kommen. Wie? Oh, das wollte ich jetzt. Wir müssen auch, äh, ganz kurz den, äh, Sound wieder an. Options Music, den Sound. 32, danke. Schön. So, wenn wir schon hier sind, können wir auch gerade das Eisen rausschmeißen. Zack, zack, zack. Wollen wir das Gangbauter her? Das wollte ich doch schon wieder gar nicht. So, wollen wir das Gangbauter her? Gut, Frage, nächste Frage. Brauchen wir an, ne, wir müssen in irgendeinen Keller, wir wollen gar nicht hoch. Sagt das Loch, bis zu früher, bevor ich hier mich verlaufe. Tja, ja, bevor man sich verläuft und dann niesen muss. Uiuiui. So, jetzt müssen wir uns erstmal kurz angucken, wo wir stehen geblieben sind. Das sieht aus, als wäre das gut so gewesen, also nach Plan. Das auch, also sind wir hier irgendwo. Also hier links, stimmt, da war was. Aber beim Kreisglauben. Super wunderbar. Super wunderbar. Äh, ja, okay. Das ist, ja, ist nicht okay, aber bis hierhin, wir wollten eigentlich nur bis, bis hierhin. Dann machen wir das auch so bis hierhin tatsächlich so fit. Weil das andere wäre ja blöd. Die können wir trotzdem mitnehmen, die Cupwebs. Die nehmen wir trotzdem mit. So, zack, 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 wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Wunderbar. So, wir wollen auf diese Höhe, um hier auch alles abzugrasen. Ja, ist das eine schöne Sache. Aber es gibt viel aufzufüllen hier, das ist, das sollte auch klar sein. Und das sollte einem auch klar sein. Hier, genau hier ruckelt. Das ist irgendwie... Mein Spawnschrank sind ja hier. Daran kann es hier nicht liegen. F3 und... Ne, F3 und G. Ne, F1, A, F3 und G. Ich habe mich ja... Ne, ich bewege mich gerade die ganze Zeit in Chunks. Also, das kann es nicht sein. Und das kann das schon mal nicht sein. Ganz komische Ruckelerei hier. Aber gut, damit müssen wir halt da kommen. Damit müssen wir halt klarkommen. Ist halt so. Zack, äh, ja. Nehmen wir gerne mit, zack. Ah, ne, wir können erst hier die mitnehmen. Und dann gehen wir hier hoch und nehmen die mit, zack. So, wunderbar. Das ist schön. Das ist mal wieder eine große Fläche hier. Aber wir haben da noch sehr... Was habe ich mir da nur wieder vorgenommen? Bin ich mir überhaupt sicher, was ich da ausgerechnet habe? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch, dass da alles passt. Wäre ja auch ein bisschen doof, wenn nicht. So, wir müssen nur mal hier kurz gucken. Welche Art und Weise, wie weit wir hier noch mit... Ah, ja, wir müssen auch ein bisschen. Hier müssen wir noch ein bisschen. Super, wunderschön. Also, super ist nicht, aber. Wunderbar. Zack, 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 zack. So, mitgenommen. Mitgenommen ist mitgenommen. Du auch. Und... Und ihr auch. Zack, zack. Zack, und äh, den Gravel natürlich auf. Der Gravel, das ist ja sowieso klar, dass wir den nicht nehmen. Weil, stell dir vor, wir gehen irgendwo hin, Gravel Farm, Gravel suchen. Nur, damit wir Gravel haben, ob... Und das, das macht ja keinen Sinn. Das macht ja absolut keinen Sinn. Und hier haben wir den Gravel quasi kostenlos zur Verfügung, ne. Und das darfst du nicht vergessen. So, und hier können wir jetzt auch eigentlich gerade, weil das sowieso ja dann... ...quasi vollständig ist, können wir gerade die fünf Blöcke hier so aufsetzen. Wunderschön. Eigentlich wollen wir nur drei Blöcke aufwählen, aber ich meine, hier bei vier ist das dann halt so, ne. Gibt's hier irgendwelche Blöcke, die mich stören? Ne. Also, ja, aber ne. Zack, zack, zack. So können wir jetzt hier theoretisch gesehen alles... Ah, nee, wir müssen die tatsächlich hier raus tun, sonst haben wir ja gleich immer sehr viel Spaß. Das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof. So, und dann mal mit denen wieder. So, und die nehmen wir noch mit. So, und die nehmen wir noch mit. Nö, pack nicht da rein. Ich glaube, achso, da ist die Fackel. Ja gut, das erklärt einiges. Dies erklärt einiges, aber wir können aber trotzdem die Fackeln mal hier runter irgendwo packen. Ne, nicht da hin, sondern da hin. Super wunderbar. Zack. Super, auch ausgeleuchtet. Damit wir heute ein bisschen Abwechslung haben, können wir ja auch noch mal ein paar... Ein paar Blöcke hier voll machen, ne. Ich meine, sonst haben wir in den nächsten paar Folgen wieder so viel zu tun. Und das ist ein bisschen doof. Zack, zack, zack. Hier hat man ein großes, schönes Fundament hier hingegraben, äh gebaut. Zack, zack. So, wunderbar. Die zwei wieder hingesetzt. Sehr schön, hier können wir auch wieder zusetzen. Die können wir auch zusetzen. Solange wir Steine haben, können wir das da machen. Aber auch erst in der nächsten Folge wieder, denn wir sind soweit mit dieser Folge auch am Ende. Das heißt für uns, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es gefällt, dann lasse eine positive Bewertung da oder ein Abo. Und bis nächste Folge. Toll, Leute. Das ist eine dicke Impffropf. Und wir sehen uns Und wir sehen uns wieder verified. Das ist eine Hübschtteeee. Untertitelung des ZDF, 2020